Welche Nummer wollen Sie wählen? Wie ist deine Festnetznummer? Wie ist deine Handynummer? Wollen Sie eine Nachricht hinterlassen oder werden Sie wieder anrufen? Sie haben falsche Nummer gewählt. Würdest du es bitte wiederholen? Ich bin zu Hause. Du kannst mich den ganzen Tag auf dem Festnetz anrufen. Du bist an der Reihe. Eine Sekunde, bitte. Ich bin Ahmed. Hast du Ihre Nummer? Ich habe eine neue Handynummer. Möchtest du? Verbinden Sie mich bitte 123.456. Es gibt eine schlechte Verbindung. Ich versuche es später noch einmal. Versuchen Sie es bitte in einer halben Stunde. Hier spricht Ahmed. Ich rufe aus Berlin an. Ich habe angerufen, aber es meldet sich niemand. Darf ich Ihr Telefon benutzen? Ich will eine Telefonkarte. Warten Sie bitte, ich stelle sie durch. Willi. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.